das wird jetzt nur ein kurzes video ich werde auch nicht viel sprechen nur zur info kurz ich führe hier ein kleines dankbarkeit das versuche ich ja im besten fall jeden tag zu führen oder wenigstens jeden zweiten oder dritten tag und ich versuche gerade so ein paar rituale in meinen alltag einzubauen und da nehme ich euch gerade einfach mal mit und das war es jetzt auch mit sprechen ich hoffe das video gefällt euch auch ohne viel blablabla bis zum nächsten mal wenn es denn wieder heißt so ich bin glücklich dass ich heute aufgewacht bin ich bin am Leben ich habe ein kussbares menschliches Leben und ich werde es nicht vergeuden ich werde meine ganze Energie dazu nutzen mich persönlich weiterzuentwickeln beidem zum Ende erwickeln und mein Herz anderen anderen gegenüber zu öffnen ich bin glücklich dass ich heute aufgewacht bin ich bin am Leben ich habe ein kussbares menschliches Leben und ich werde es nicht vergeuden ich werde meine ganze Energie dazu nutzen mich persönlich weiterzuentwickeln und mein Herz und mein Herz anderen gegenüber zu öffnen das ist so eine Art Morgengebet von den Dalai Lama das kann man laut aufsagen im stillen im stillen aber immer immer ganz bewusst ja bei 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 Thanks for watching See you next time Good night Sleep tight See you Bye bye Ciao ciao Thanks for watching See you And happy, happy Easter Thanks for watching